Unten. Ja, wo unten? Ach, da gibt's ein Loch. Ja, da bin ich. Ja, da gibt's ein Loch. Sag's kein weiter. Ja, der Witz war, ähm, ich hab das nicht gesehen. Wo ist Gnomi? Weil ich dran vorbeigelaufen bin. Wo ist Gnomi? Weiß ich nicht. Ich bin, äh, instinktiv echt nebenher gelaufen. Ich versteh nicht wieso. Okay. Da ist ein Zombie. Der da. Da war einer. So, gib ich dir auch noch irgendwie weich? Nee, ne? Nee. Warte, kurz. Ja. Das ist, glaub ich, auch besser. Sag mir doch, dass ich nur noch einen HP hab, Mann. Lass mir noch einen HP. Okay, danke. Na, scheiße. Ich hab die Tasten losgelassen. Nein. Oh, Jackie. Ja, und Hunter. Oh. Schießt doch drauf. Ja, Gnomi, nein. Okay, hat sie erledigt, das Problem. Die Probleme, glaub ich. Wow. Das ist eine Kettenstücke. Oh. Na, 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 na. Hinter dir. Da, in der Ecke. Ja, wenn du willst, kann sie haben. Brauch sie nicht auf Gnomi. Na, schnell, komm da. Lass drauf schießen. Das Gnomin an, die kann nicht schießen. Wieso hast du Gnomi immer noch dabei, Mann? Gnomi ist awesome. Schau. Ja. Ja, ja, na, na, ja, 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 ja. Gnomi? Wo? Hier sind Waffen. Da waren wir jetzt nichts mehr hergekommen, du. Kirch. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wer ne blaue Foto drauf, äh, Nein. Wer hat ne blaue Foto drauf? Pff, schon wieder Foto gesagt. Ich weiß. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wir müssen auf der Achterbahn lang. Ich spanne ihn. Das Gnomin rollt. Wieso hab ich den komischen Gnomin an? Geh mir wieder. Was hast du denn gemacht? Gnomi! Gnomi! Wir müssen wirklich auf der Achterbahn lang. Oh, Mann. Was denn? Oh, Jockey, 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 Jockey! Warte, weg! Wo ist Gnomi? Äh. Wo hat der Gnomin hängengeben? Wo ist Gnomi? Wo hat der Gnomi? Gnomi? Gnomi! Dieser fucking Jockey hat Gnomi! Der, der, der Jockey hat Gnomi auf dem Gewissen, Mann. Man! Rest in Peace Gnomi, so kannst du den Titel nennen. Das wäre auch nicht gemacht, das wäre angebracht. Schau mal mal. Das wäre auch angebracht, die Schöfte. Schauen wir mal. Wieso bist du eigentlich über diese blöde Achterbahn hinweg? Hör mich bei 1,1 bis zu überfahren. Echt jetzt? Ja. Monitoring. Dann bis zu tun. Ich hab Munition gefunden. Das ist wie cooler. Hä? Ich bin schon tot. Die Achterbahn. Ach du Scheiße. Ich bin sicher, dass das die Achterbahn war. Ja. Ich hab sie ausgemacht. Okay, gut. Dann hab ich ja noch Zeit. Haha. Ja. Warum ich Héio? Nee, ey. Weil ich umgerehr bin. mehr als mehr als die auch die Ankerkommission von irgendwas bringt Sprengladungen aufstellen die Anladungen er schießt lieber nicht in der Nähe der Sprengladung erlässt ja ich weiß Mann haben wir einen Schatzraum gefunden cool Mann ja geht ja nicht ich glaube wir haben ein kleines Problem und das nennt sich Bot Coach komm rein hier Rochelle du auch das ganze möglichst zackig nicht zu machen nicht zu machen nicht zu machen nicht zu machen was hab ich gesagt zu machen nicht zu machen ach nicht zu machen oh ja das ist natürlich jetzt lustig dass du das sagst äh ähm also der Heal war eigentlich durch pf 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 doch alle ja also die wut ist schon mal ganz gut in die richtung jetzt müssen wir nur noch irgendwie genau durch die autoscooter obwohl es jetzt da hast du kein autoscooter ok merke ich mir erst lässt du sterben und dann willst du kein autoscooter mit mir fahren es geht nicht um das nicht wollen sondern vielmehr um das ja jetzt können wir ausgehen geht weg ja ich habe mein schiff mitbekommen wofür kopf los los bist du ja schon wieder ganz vorne doch ist ein anderer pander ach so ja 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 ne also hier oben ist die nicht ist aber schön dass wir alle schön hinterher kommen die ist irgendwie draußen aber wie kommen wir da erzählen äh wie geht nur hier wo ja nichts ne falsch ok genau die ich auch schon ich auch nicht ok wer schießt da aber nicht nein zombies schießen nicht mit ihren samen was ja danke so genau weil ich das jetzt auch nicht wissen mit sexual kann der mit panda ja und nichtsdestotrotz irgendwo muss es doch hier weitergehen kann das sein dass wir irgendwie fürchterlich auf dem schlauch stehen ich meine die richtung ist ja schon mal nicht schlecht zu der witch jetzt wissen wir hier nur noch irgendwie oh war da oben vielleicht was ich meine ich war da zwar aber äh das hat ja nichts zu heißen ne ne und hat sich irgendwelche knochen gebrochen ne ich wechsel jetzt was ich wechsel jetzt was so jetzt hab ich ein messer wow 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 äh da ist ein ich hab da was hier ist messer guck ich hab das ds messer jay ja ich bin doch schon lowlife man oh du bist lowlife hey ja ich glaub wir müssen über die dächer du du kommst du hoch oder gehst du wieder deinen eigenen weg dieser weg wird kein leichter sein sponsor nicht mit vielen sparen du bist es also steht neben mir schießt raum noch dieses leben bieten vielmehr es war das war und das war ja komm her komm her komm her komm her wie haben wir jede menge zum heute macht aufgestreckt wo ist denn also kommt ja wird ja schon lange ja aber ich habe es doch gesagt ich habe es tot gemacht die tür kann aufmachen okay die kommentierte bist du jetzt wäre gut den raum stehen haben stehen kannister und darauf war vielleicht jetzt nicht so der beste ort um das ding zum explodieren zu bringen bezahlen um hier am feuer zu liegen aber das passt schon ist meine priorität in der frage ab und ein kleines bisschen und weil ein erster stelle zum bischof und jetzt kommt schnell zum schutz kaum stellt so lasst mich doch in ruhe da war einer schadler 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 darf mir und nicht kannst du mich mal gleich ganz kurz wieder aufheben plässt wenn der weniger teile sind schon macht sicherlich schon weil ich kann sagen hat sie erledigt danke